Hallo und herzlich willkommen beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und heute sind wir wieder monothematisch im Gaming-Bereich unterwegs, weil wir das auch noch gar nicht anders können, weil wir sind mit der Aufnahme noch pre-Apple-Zeitrechnung, also quasi kurz davor. Aber es ist so viel passiert. PlayStation hat neue Spiele gezeigt, Meta hat neue Spiele gezeigt und eine neue Brille einfach mal so angekündigt mitten im Sommer. Und meine erste Frage, Ben, ist, warum macht man das alles im Sommer? Warum kündigt man VR-Spiele und neue VR-Brille im Sommer an? Es gibt keine Zeit, bei der ich weniger Bock habe, zu spielen. Deswegen kommt der ganze Klim-Bim. Achso, erstmal guten Morgen. Moin, moin. Ja, ja, hi. Guten Tag, ja. Ja, genau, hi. Diese Formalitäten und Förmlichkeiten, schrecklich. Deswegen kündigt man das im Sommer oder im Frühjahr an, damit es dann, wenn es kalt wird, kommen kann. Und man sich das Ding auf den Kopf setzen kann, um sich die Rübe zu wärmen. Macht Sinn. Allerdings wirst du dich mit Meta-Quest 3 nur noch 40 Prozent weniger wärmen können, weil sie ist ja jetzt 40 Prozent kleiner als die Zweier. Das habe ich gut hinbekommen, oder? Ja, mir fällt auch gerade ehrlich gesagt nichts dazu ein. Geil. Wir sind fertig. Nein, also, meine Damen und Herren, es ist wirklich so, wir bleiben heute bei diesen Themen, denn nichts bewegt die Welt gerade mehr, als wenn der Hersteller Meta neue Headsets, naja, also ankündigt, kannst du jetzt halt auch nicht sagen, weil irgendwie bestätigt. Sagen wir mal so, er bestätigt das, was wir alle eigentlich schon wussten. Und Brad Lynch, der die Leaks in den letzten Monaten immer mal wieder rausgehauen hat, hat einfach, glaube ich, saugute Quellen und hat sich sehr viel Credibility mit den Dingen jetzt nämlich reingeholt, hatte er vorher schon, aber damit jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal, weil das ist eins zu eins das, was wir alle schon in den Renderns gesehen haben. So, für die Leute, die natürlich jetzt nicht so abnerden wie wir und sich nicht jeden Renderer auf mix.de und sowas angucken, sondern eher so unseren Podcast hier finden. Ben, kündigst du jetzt einfach mal an, was das jetzt genau alles heißt, was ich gerade verzapft habe? Ja, also vielleicht mal für den Kontext, warum, das ist ja vielleicht auch eine der interessantesten Fragen, warum kommt Zuckerberg gestern plötzlich kurz vor dem Showcase mit dieser Ankündigung raus, hat das angekündigt oder angeteasert auf Instagram und dann gab es plötzlich einen Blogpost, völlig überraschend, nachmittags gestern im Showcase selber wurde die Brille dann nicht gezeigt, direkt interessanterweise entgegen der Erwartungen, aber, und das fand ich halt wirklich interessant, das, was in dem Blogpost stand, jetzt abgesehen vom Preis beispielsweise und noch von ein paar anderen interessanten Neuerungen, was Quest 2 angeht, Quest Pro, die bekommen einen Performance-Boost, der teilweise echt deutlich ausfällt, also es wird wohl softwareseitig nochmal einiges freigeschaltet, was vorher, was aktuell noch gedrosselt ist, aber abgesehen davon ist es wirklich alles, das bestätigt worden, nicht nur, was Brad Lynch gesagt hat, sondern vor allem, und ich glaube, das hat damit zu tun, was Mark Gurman von Bloomberg am Wochenende rausgehauen hat und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen Meter in die Parade gefahren ist und sie sich dann gesagt haben, okay, das stimmt alles, was der dort erzählt hat oder der Großteil davon stimmt, was so die Spezifikationen und Größe und so weiter angeht, Apple kommt nächste Woche, ja mein Gott, dann machen wir es the Sony way und hauen Blogpost raus. Also ich erwische mich dabei, wie ich denselben Gedanken hatte, ich muss dich aber daran erinnern und jetzt, klar, man weiß nicht unter welchen Umständen das alles jetzt entstanden und passiert ist, aber das, was wir gestern gesehen haben, war ja eine pre-recorded Show, also das heißt, sie war abgekatert eigentlich, ne? Kommt nichts mehr reinsteigen, ne? Genau, und da waren ja Quest-3-Bezüge ohne Ende drinne und selbst am Ende gab es dann so Entwickler- oder Community-Interviews, wo, gratuliere übrigens, auch ein deutscher YouTuber mit dabei war, fand ich sehr sympathisch und da hast du schon gemerkt, klar, das sind alles Fragen, die irgendwie schon abgestimmt sind und natürlich ging es auch immer so ein bisschen so rumgeeiert um die Quest-3 und auch in der Moderation vorher, also ich würde das nicht unterstützen, weil ich glaube, das war geplant, dass sie das so machen, weil sie einfach in dem Gaming-Showcase, glaube ich, sonst keine Möglichkeit gehabt hätten, um ja das so filigran da reinzuschneiden. Aber ey, was weiß ich, also im schlimmsten Fall, gebe ich dir recht, ja, haben sie Dienstag die Dame nochmal im Greenscreen-Studio anstranzen lassen, haben teilweise Sätze verändern lassen, haben noch Nachtschichten mit irgendwelchen Cutterinnen und Cuttern einlegen lassen, das Ganze durch League geboxt, also unmöglich ist es nicht, ne? Also, ich finde halt die, den Moment, gut, der passt eigentlich grundsätzlich schon, natürlich auch, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte unbedingt dieses Race mitspielen, diesen Wettbewerb und sagen so, wir müssen unbedingt zuerst rauskommen, das gleiche Spiel gab es letztes Jahr mit Pico 4 und Quest Pro, da ist auch auf Teufel komm raus, Pico musste vorher mit der Ankündigung rauskommen, das Spielchen kennt man schon. Und was ich ein bisschen komisch fand, ist halt einfach diesen, was ich gerade The Sony Way genannt habe, also, hey, wir hauen mal eben kurz einen Blogpost raus und mehr nicht. Ja. Wir zeigen es nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, dass bei dem Showcase irgendwie dann, also, wenn das wirklich vorgeplant gewesen wäre, wie du sagst, was durchaus möglich sein kann, dann frage ich mich, wieso ist Marc nicht kurz aufgetreten, hat das Ding mal in die Kamera gehalten, seine üblichen drei, vier Sätze gesagt, einfach schon allein der Strahlkraft wegen, weil man das aus den vergangenen Jahren kennt. Okay, also da, also pass auf, zwei Dinge, die mir strategisch da in den letzten Jahren in den Sinn gekommen sind. Es ist nach wie vor so, die Connect ist im Herbst das wichtigste Ereignis. Ja. Und das ist auch ziemlich gut, weil Meta da um diesen Raum herum nahezu alleine ist. Ja, jetzt gerade haben wir irgendwie, ja, dieser Sommerzeitraum hat für mich immer noch so diesen E3-Geschmack, weißt du? Also, wir haben damals immer rund um den Juni herum, gab's immer, das ist so ein Gaming-Branchen-Ding gewesen, immer rund um die E3 herum werden neue Games angekündigt und das hat sich dann irgendwann aber auch aufgesplittet, auch durch die Pandemie, spätestens da dann aber, und jetzt ist es irgendwie so, dass um diesen Zeitraum herum hier alle ihre eigenen Gaming-Showcases halt haben. Sony hatte ihren ja auch vor einer Woche oder anderthalb, ne? Und ob jetzt, ob jetzt Apple, also ich meine, die Leute haben ja teilweise auch intern deutlich mehr Informationen als wir hier nach außen, ob Meta jetzt wusste, dass Apple wirklich nächste Woche mit der Brille rauskommt und sie deswegen vorher schon was releasen mussten oder ob es umgekehrt war vielleicht, ob Meta diesen ersten Juni einfach so ausgesucht hat für ihre Games und dann festgestellt hat, ach komm, wir hauen die Brille noch mit raus, das werden wir nie erfahren, ne? Das Thema ist, das Thema ist durch, aber, ähm, was ich schon sagen kann ist, dass, dass man jetzt außer die, außer die Meta Quest 3 anzukündigen nichts weiter über das Ding gezeigt hat, macht PR-technisch, macht PR-technisch natürlich soweit Sinn, weil sie dann sich sonst komplett den Momentum für den Herbst verspielen, ja? Also sie können keine Grafik-Improvements zeigen, sie wissen vielleicht auch noch gar nicht, wie die Treiber bis dahin aussehen werden final, was das Ding überhaupt leistet. Ich meine, schau Ben, wir haben jetzt, zwei Jahre nach Release der Quest 2, kriegen wir einen riesen Performance-Boost über Software-Update, wie geil ist das bitte, ja? Also wer weiß, was da engineering-technisch noch bis Herbst möglich ist und ich glaube, wenn Zuckerberg persönlich auf die Bühne gekommen wäre, dann nicht um Games anzukündigen, sondern über die Brille zu sprechen. Ja, das meine ich ja, ne? Das wird da, ja, ja, das wird da, glaube ich, schon hart getrennt. Stichwort Performance, das finde ich nämlich ganz wichtig, was du gesagt hast. Also natürlich einerseits ist es interessant, dass man da offensichtlich noch Ressourcen hat, die man einfach mal so per Software, per Code freischalten kann. Das finde ich sehr, sehr interessant, bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber was mich wirklich begeistert, ganz grundsätzlich, ist einfach so diese Aussage, weil, dass die Quest 3 eben, das ist jetzt schon länger bekannt, aber das Doppelte an Performance mitbringt als die aktuelle Quest 2. Und wenn ich mir dann anschaue, was hier drauf schon läuft, also so Sachen wie Red Matter oder so Red Matter 2 als Grafikbomben und so weiter. Jetzt Asgard's Wrath vorgestellt, reden wir gleich drüber, den zweiten Teil, das erste riesige, große Rollenspiel für eine mobile VR-Brille. Da bin ich wirklich, also das sind gute Zeiten, die da auf uns zukommen, glaube ich. Ich mach mal ganz kurz den Mimmi. Also der Sprung ist definitiv nicht so groß wie von der 1 auf die 2. Also der Hardware-Sprung war deutlich größer. Das heißt also, alle, die sich einen ähnlichen Boost erhoffen wie damals bei dem Wechsel, bei dem Plattformwechsel, die müssen an der Stelle leider geerdet werden. Das Nächste, was sie sich natürlich gerade ins Haushalt holen, ist, sie werden alles, was wir gestern gesehen haben, war ja Quest 2. Ob es jetzt alles Quest 2-Material war, wissen wir nicht. Vielleicht haben sich da auch hin und wieder schon Quest 3-Screenshots oder Videoschnipsel reingeschummelt. War ja auch, hin und wieder waren ja dann auch PC-Clips zu sehen. Aber insgesamt ist ja die ganze Palette an Games, die jetzt kommt, Quest 2 abwärtskompatibel. Ergo wird der Pay-Off natürlich irgendwo da sein. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in diesem Jahr schon so richtige Games sehen werden, die so richtig das letzte Quäntchen aus der Quest 3 rausholen. Einfach, weil alles noch Quest 2-tauglich sein muss. So, aber, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Also diese, es ist wieder, es kommt so viel zusammen, was mich einfach jedes Mal freut und auch bei anderen Hardware-Herstellern freut. Das Headset wird ein bisschen kleiner, gleichzeitig aber leistungsstärker. Ja, das sind eigentlich zwei Gegensätze. Und wenn das funktioniert, freue ich mich einfach, dass dieses Ding irgendwie wieder ein Stückchen weit Fortschritt mit sich mitbringt. Es ist vergleichsweise günstig. Ich habe gerade mal so ein bisschen Media-Coverage gelesen. Ich bin erschrocken, dass schon wieder bei 599 Dollar oder was, wo liegen jetzt 549 Euro, glaube ich, für die kleine Version, dass da schon wieder die Diskussion losgeht und die Leute sagen, also ich kaufe mir die Brille, wenn die 200 kostet oder 300. Ach komm Leute, kauft sie doch, labert doch nicht rum. Was ist denn da für ein Anspruch gerade? Warum werden wir dieses Stigma da nicht los, dass VR-Brillen nicht gleich nur ein Monitor sind, wenn du dir sowas wie ein Standalone-Device halt kaufst? Also da ist, ah, egal. Wir sind da ja auch noch überhaupt nicht. Also jetzt mal abgesehen von dem doch etwas merkwürdigen Move, die Preisreduktion, ich glaube jetzt ab übermorgen, geht sie los für die Quest 2. Da wird sie wieder auf den vorigen Preis, auf den ursprünglichen Preis runtergesetzt. Also man kriegt sie wieder für 350 Euro. Aber ganz davon ab, glaube ich, müssen wir mal so ein bisschen weg von dieser Preisdiskussion. Denn abgesehen davon ist es auch wahrscheinlich dann im Vergleich zu der Apple-Brille, es ist immer noch unfassbar günstig, was man da bekommt. Und wir sind eben noch nicht beim Politoren, was das angeht. Also für 150 Euro da irgendwie ein 30 Zoller oder 27 Zoller sich hinzustellen, was wir jetzt können, da vergleichsweise sind wir noch überhaupt nicht. Und dementsprechend immer gleich diese Preisdiskussion. Ich halte es immer noch für sehr günstig. Ich glaube, gerade wenn du dir anguckst, zwei, also jetzt Stereo-Farbpasst du, ein High-End-Smartphone-Sensor und so weiter und so fort. Ganz viele Verbesserungen da drin. Pancake-Linsen, die neuen Controller sind mit drin, ohne den Tracking-Ring. Das muss man alles mal mit reinbeziehen. Und dann ist es natürlich klar, dass es ein bisschen teurer ist. Guck rüber bei HTC, liebe Damen und Herren, dann wisst ihr, was das Ganze unsubventioniert kostet. Und trotzdem ist es ein cooles Gerät. Und jetzt habt ihr quasi noch mehr Technik, die einfach mal ein Drittel von dem wahrscheinlich kosten wird. Und wie gesagt, aber gut, das ist dann halt auch einfach nicht die Zielgruppe. Kein Problem, an der Stelle kann ich vorbeidiskutieren. Du hast gerade einen wichtigen Satz für mich gesagt. Wir hatten gerade so ein bisschen darüber gesprochen, warum macht Meta das jetzt gerade alles? Und ist das jetzt eine hektische Entscheidung gewesen oder eine geplante Entscheidung? Blenden wir das gerade mal alles aus. Eine Sache, die Meta aber definitiv eingeplant hat, ist natürlich, dass sie im Media-Coverage nächste Woche, wenn die Apple-Brille aufkommen, nicht vergessen werden. Weil was passieren wird, ist natürlich, wir alle, vielleicht auch Mark Zuckerberg, sind uns klar darüber, sollte diese Apple-Ankündigung Montag wirklich stattfinden. Dann wird das Medial erst mal explodieren. Ja, das wird explodieren. Und im Idealfall, das weiß Meta und im Idealfall schaffen es aber die meisten Artikel, dass sie nicht drumherum kommen, einen natürlichen Vergleich zu ziehen zu einer gerade eben angekündigten VR-Brille seitens Meta. Was natürlich im Kontext sich viel besser liest als die zwei Jahre alte Quest 2 ist halb so teuer oder kostet nur ein Sechstel von dem. Weil jetzt kann man immer im Kontext sagen, eine bald erscheinende Meta Quest 3, die auch Pass-Through hat und so, ja, auch tolles Pass-Through hat, die wird halt nur 500 blablabla kosten. Und dann hat Meta es zumindest geschafft, dass sie im selben Atemzug wie Apple fallen in jedem dritten Artikel. Und ich glaube, die Intention... In jedem, eigentlich in jedem, der sich wirklich damit auseinandersetzt und der wirklich darüber schreibt, der kommt nicht daran vorbei, das zu vergleichen oder eben halt zumindest zu erwähnen. Im Ankündigungsartikel. Ja, ja, im Ankündigungsartikel nicht. Und ich glaube, das war wirklich der Plan, um das Teil jetzt schon rauszuhauen, weil das haben sie ja mit den vorherigen Produkten in der Form nie gemacht, sondern die Produkte wurden immer auf der Connect angekündigt und waren kurz danach zu kaufen. Und hier spürt man auch, wieder finde ich schon, ein Stück weit Credibility, dass die Apple-Brille nächste Woche angekündigt wird. Weil es gab keinen Grund. Es gab keinen Grund für Meta. Jetzt einfach eine Hardware anzukündigen, ohne auch nur einen Fünkchen zu den neuen Funktionen der Spiele. Also sie haben ja nichts gezeigt, außer dieses geile Render-Video und ein paar Facts rausgehauen. Das war ja nichts. Also ganz, ganz geschickt. Größe, Formfaktor, Mixed Reality Pass-Through und Preis genannt. Das ist schon, ja, strategische Kriegführung, die man hat. Sie bleiben im Gespräch, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Eben wie du gerade gesagt hast, keine veraltete, in Anführungsstrichen, veraltete Brille, sondern da kommt was Neues. Wir wussten es natürlich schon länger, aber das ist jetzt durch sämtliche Presse gegangen. Du meinst, wir wussten es aufgrund der Leaks länger, meinst du? Genau, da hat dann nicht so häufig irgendwie, keine Ahnung, die großen Tech-Magazine, vor allem natürlich die englischen Tech-Magazine, haben nicht so viel darüber gesprochen. Aber gestern kam dann alles raus. Und dementsprechend sind sie im Gespräch. Und dann spielen sie zumindest in der Gesamtwahrnehmung, auch wenn es natürlich nächste Woche erst mal hauptsächlich um Apple gehen wird. Aber sie spielen auf Augenhöhe mit. Und das ist, glaube ich, erst mal wichtig, dass man, man wird immer mitgenannt. Man hat ebenfalls was im Köcher. Und gegebenenfalls überlappt sich auch der Release irgendwo im Herbst. Und dann wird es sowieso noch mal richtig spannend. Dann lass uns die letzten Minuten doch mal dafür nutzen. Also wir haben die hier, wir freuen uns auf Quest 3. Wir würdigen dieses Hardware-Upgrade. Es gibt an manchen Stellen, das könnte man jetzt noch kurz erwähnen, es gibt an manchen Stellen so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Es gibt kein Eye-Tracking. Also das heißt, ich glaube, dass auch hier aus der Pro heraus einer der Learning war, Eye-Tracking ist verdammt teuer, funktioniert vielleicht noch nicht so gut. Aber gibt natürlich auch einen extremen Performance-Boost, wo man überlegen muss, schade, warum haben sie ausgerechnet auf dieses Feature verzichtet? Weil es hätte noch mehr aus dem Chip herausholen können, was die Leistung angeht, aufgrund von Foveated Rendering. Also dass ich nur den Bereich scharf rechnen muss, wo ich hingucke. Nein, Güte, ich hoffe, ich muss das nicht tatsächlich unserem Publikum hier erklären. Wenn doch, jedes Mal geschehen. Wenn doch, gern geschehen. Und das wird natürlich interessant. Also das wird natürlich interessant, weil sie haben sich so ein bisschen verabschiedet von der Social-Brille. Sie haben mit ihrem Metaverse-Aufbau, haben sie eigentlich die wichtigsten Funktionen aus der Brille gekillt, nämlich Face und Eye-Tracking, um sich selbst möglichst gut im Metaverse repräsentieren zu können. Sondern sie gehen erst mal den Weg in die andere Richtung, den vermutlich Apple auch gehen wird. Nämlich, hey, wir wollen gar nicht eine zweite Realität aufbauen, sondern du kannst alles digital mit deiner jetzigen Realität vermischen über supergeiles Pass-Through. Und das ist ein spürbarer Strategiewechsel, bei dem ich nicht hoffe, dass er nach hinten losgeht. Aber am Ende müssen wir erst mal abwarten, wenn wir das Ding in der Hand haben, wie gut es dann wirklich ist. Lass uns über Gaming reden. Genau, ich wollte, richtig, ich wollte mit dir jetzt eigentlich dann über Gaming reden, so war der Fall. Also wir haken das Ding ab. Das Problem ist, ich freue mich jetzt halt automatisch eigentlich eher wieder auf Quest-4-Ankündigung von Lynch. Weißt du so, das Ding, die Hardware ist jetzt durch, so alles klar. Nach dem Headset, vor dem Headset. Lynch, Brett Lynch, bring bitte Render Nummer 4. Ja, aber seine Quellen sind ja jetzt ausgetrocknet, da muss ich neue suchen. Ja, das stimmt. Also, Games. Wir haben eine 40-minütige Gameshow bekommen von Meta, die dem Namen meiner Meinung nach auch würdig war. Also es wurden wirklich viele, viele, viele Games gezeigt. Ich habe aber irgendwie auch festgestellt, Ben, ich weiß nicht, ob ich zu alt für den Scheiß bin. Ah, ich sehe schon. Du bist wieder am Jammern, aber es ist in Ordnung. Mach mal. Aber ja, du bist zu alt für den Scheiß. Ich bin wirklich, ich glaube es wirklich, ey. Ich bin so ein Minigolf-Opa geworden, ey. Ich kann, ich habe, liebe Hörenden und Hörer, also ihr müsst mich hier rausboxen, glaube ich. Ich habe das nicht verdient, über dieses Thema zu sprechen, weil ich einfach emotional gestern selten abgeholt wurde. Sondern ich mir dachte, okay, Attack of Titans. Es gibt bestimmt Leute, die das cool finden. Und dann guckst du nach und denkst dir, boah, es gibt mehr Leute, die das cool finden, als du dachtest. Ja, riesen Community, riesen Fanbase dahinter. Aber insgesamt sind da, ich will nicht durch alle Titel durchgehen, lass uns das nicht tun. Insgesamt sind da wirklich qualitativ coole Sachen angekündigt worden. Starke Marken auch. Also man merkt irgendwie, Meta versucht, sich auch namenhafte Dinger zu ziehen. Ja, so ein Stranger Things VR und ja, wie gesagt, Vampire, Masquerade. Dann haben sie ja irgend so ein Adventure angekündigt, The Seven's Guest, bei dem im Trailer stand, von allen Leuten und hart gefeiertes, super krasses Spiel. Und ich dachte, mir habe ich nie von gehört. Aber es scheint so aus der Zeit von Myst zu kommen. So ein Video-Adventure damals war das irgendwie. Auf den ersten Farbbildschirmen am PC habe ich das Gefühl. Kanntest du das? Das ist damals auch an mir vorbeigegangen. Aber ja, ich kannte es, aber ich habe es selber nicht gespielt. Siehst du unser Problem? Da waren wir wieder zu jung anscheinend. Sie haben generell, glaube ich, einige Sachen so auch reingepackt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Bulletstorm oder so, oder auch das Ghostbusters immer wieder kommt. Das sind so ein bisschen, wo ich mich manchmal frage, so okay, die Mitte-40er, die werden offensichtlich ins Ziel genommen. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich diese Sachen, wie jetzt, keine Ahnung, Attack on Titan und so. Da kann ich zum Beispiel auch, da bin ich auch absolut Gaming-Opa. Aber zwei Sachen sind mir aufgefallen, die würde ich gerne mal einmal anbringen. Das eine ist, nicht ein einziges dieser ganzen Spiele, und da sind wirklich sehr gute Sachen angekündigt worden und sehr gute Sachen gezeigt worden. Natürlich auch Asgard, er braucht ein großes Rollenspiel, also vor allem auf den mobilen Brillen, ganz, ganz wichtig. Also absolut strategisch korrekte Entscheidung, das so in diese Richtung voranzutreiben. Aber was mir wirklich gefehlt hat ... Sieht die Fanbase anders, aber können wir gleich drüber sprechen. Was hat gefehlt? Wirklich gefehlt hat, es ist nicht ein einziges anderes Genre da drin gewesen, als First Person aufs Maul, klopp dich, ja, und spring und töte und hast nichts fucking anderes. Du hast mir gerade mein ... Ich habe mir gestern Abend, ich lüge nicht, Ben, ich habe mir nach dem Gaming-Showcase, habe ich mir eine Punchline für unsere heutige Podcast-Eröffnung berat gelegt, und ich wollte eigentlich sagen, Mann, Ben, was habe ich mich gefreut, so viele Third-Person-Games gestern auf dem Gaming-Showcase zu sehen. Und ich merke, ich merke auch, da können wir gerade ... Und das geile Tail-Job-Zeug. Und ich merke gerade auch, und genau das ist ja das Problem, was ich finde, was einfach allgemein VR gerade besitzt. Es hat nicht genug, und jetzt aufpassen, ich meine das Wort so, wie ich es meine, nicht genug Diversität in ihren Genres. Ja. Sondern wenn du dir einen VR-Gaming-Showcase ankaukst, dann hast du gefühlt immer ... Also, das war bei Sony zwei Wochen vorher ja nicht anders. Ja, da hattest du auch First-Person-Dinger. Dann hast du immer nur diese First-Person-Dinger. Immer, immer nur. Und wenn du dir ... Wenn rund um die E3 früher, oder auch wenn mal Ubisoft oder andere Spiele was ... Dann hast du immer so eine Mischung. Du hast auch so eine Genre-Mischung dabei, die das Ganze irgendwie noch mal interessanter macht. Ja. Hier mal ein FPS, da mal ein Third-Person-Titel, hier mal ein Rennspiel, hier mal wieder irgendwie, ich weiß nicht, ISO-Perspektive oder so. Genau. Und das ist ja auch fürs Auge was komplett anderes. Und das traut sich irgendwie nahezu keiner in VR. Stattdessen gehen sie ... Also, ich meine, ich erkenne diese Firma, die vor zehn Jahren Oculus hieß, ja gar nicht mehr wieder, ey, was da gestern für FPS gezeigt wurden. Also, Bulletstorm zum Beispiel. Holy moly, Motion Sickness, was ist das? Ja, so, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, jetzt durch das Thema einfach so. Da sind wir nicht mehr. Wir reden nicht mehr darüber, dass den Leuten eventuell bei schnellen Bewegungen mit Full-Lokomotion schlecht wird. Ich gönne es allen Leuten draußen, die damit umgehen können. Aber ich zücke wieder meine Karte als zahnloser Gaming-Opa und sage, ich brauche irgendwie auch mal was Langsames. Ja, was zum Sitzen. Das ist exakt der Punkt, den ich dabei sehe, der mich so ein bisschen ... Der auf der einen Seite zeigt, wie groß VR ist, nämlich überhaupt nicht groß, Leute. Das ist eine Hardcore-Gemeinschaft, die sehr vokal auch ihre Ansichten vertritt, die dann meistens da in die Richtung hingehen, Teleport. Kacke, muss flüssige Bewegung sein und bitte hochrealistisches First-Person-Shooting. Das ist natürlich nicht ansatzweise VR. Wenn du VR in die Breite bringen möchtest, und da sind wir auch bei Mantren, die wir hier predigen, dann brauchst du auch etwas, was auf der Couch funktioniert, wo ich mich hinsetzen kann und einfach mal ein bisschen vor mich hin spielen kann, einfach coole Welten genießen kann. Ein paar Sachen wurden ja, das ist ja durchaus gezeigt worden, aber die sind ja schon raus, wie Ghost Signal beispielsweise oder Little Cities. Das sind so, die zeigen das in Ansätzen. Das war in der Pre-Show. Also es ist nicht ganz richtig, wenn da nichts gezeigt wurde. Es wurde schon was gezeigt, aber nichts Neues. Und alle diese Dinge, die mit First-Person und viel Action zu tun haben, die sind immer bewegungsintensiv. Du brauchst Platz dafür. Du musst dich darauf einlassen können. Du musst eben auch den entsprechenden Magen dafür haben oder ihn dir antrainieren auf Dauer. Und mir fehlt da einfach so ein bisschen, wo man sagt so, okay, das geht so ein bisschen in eine Richtung, wo diese Diversität auch da ist und wo ich auch mal die Möglichkeit habe, nicht mich hinzustellen und wild mit irgendwelchen Waffen zu fuchteln und Zombies zu treten. Ben, weißt du, was auf ... Du hast gerade einen kleinen Gedanken bei mir ausgelöst. Lass uns doch beide einfach akzeptieren, dass wir gerade in einer noch immer, leider noch immer viel zu lang andauernden Gameboy-Phase sind. Und alles, was die Leute gerade sehen wollen, sind Sidescroller. Sidescroller Jump'n'Runs. Ja, ein Mario nach dem nächsten. Und die müssen erst noch ... Ich weiß nicht, da muss erst noch eine Baseline aufgebaut werden. Und wir wissen halt, dass diese Baseline ungleich schwerer aufzubauen ist, als im klassischen Gaming-Bereich, das damals der Fall war. Vielleicht kommen sie noch, unsere Third-Person-Titel. Im schlimmsten Fall müssen wir sie dann von unserer Rente selber entwickeln. Ich wollte gerade sagen, also am besten vielleicht auch der Aufruf an dieser Stelle an alle reichen Investorinnen und Investoren, die uns gerade hören. Vertraut uns. Wenn ihr Diversität wollt, investiert in uns. Wir machen das schon. Ja, aber erst mal brauchen wir natürlich die Knete, also ... Ja, so. Nichtsdestotrotz, was da jetzt gestern angekundigt wurde, auch wenn es alles First-Person-Dinger waren, ich finde schon qualitativ, das wird immer cooler, es wird immer besser. Man sieht auch, dass es insgesamt eben nicht nur Ballern und Hauen drauf ist, sondern dann gab es einen Mech-Titel, wo ich glaube, da gibt es auch eine große Fanbase für. Es gab einen Vampire-Titel, den ich deswegen ganz spannend fand, weil das sah so aus, als ob du so lange Schlabberarme hast, die du so durch die Gegend schießen kannst. Was, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Embodiment-Gefühl halt sein könnte. Ja, so dieses Superhelden-Gefühl. Weißt du, Ben, was du ja manchmal nicht hast. Also, ich erinnere mich ganz stark an meinen Doom-3-Big-Fucking-Gun-Moment, wo ich diese riesige Waffe in der Hand habe und die hat sich in VR angefühlt wie Papier. Das war doof damals, ne? Und wenn du solche Sachen jetzt aber nach und nach irgendwie umzusetzen siehst, dass du den Leuten so Superpower in VR gibst, dann ist das auch cool. Dann spürt man das aber erst mal eben nicht so auf der Trailer-Ebene, sondern das kommt dann alles, wenn man das Zeug spielt. Ich fand, wie gesagt, immer den Disclaimer, dass ich nicht weiß, wie gut die Trailer gestern auch der Realität entsprechen. Aber ich fand, teilweise sahen das auch wieder mal für Quest-2-Verhältnisse echt gut aus. Klar, man macht bei so einem Ding gestern Cherry-Picking und lässt sich nicht lumpen, die schönsten Szenen eventuell auch noch mal ein bisschen nachzufrischen. Ja, kann alles gut möglich sein. Aber insgesamt habe ich mir gedacht, ey, ich bleibe erst mal bei Walkabout. Nein, weißt du, ich habe einen Titel vorbestellt. Wie konnte ich das vergessen? Ben, ich habe tatsächlich ein Spiel vorbestellt, ein digitales Spiel vorbestellt. Ich habe mich gestern Abend gar nicht wiedererkannt. Weißt du welches? Nein. Ey, das erste Game, was da präsentiert wurde, hat mich zu Freudentränen gerührt. Ja. Welches war denn das erste noch? Samba de Amigo für Feuer? Nein, scheiße. Ist das geil oder was? Alter, das ist wirklich geil. Und weißt du, wieso? Weil ich saß mit einer Frau vorm Fernseher und habe mir den Schock erstellen und habe gesagt, Alter, wer will denn den Scheiß spielen? Was? Ich habe exakt das gesagt. Und das ist interessant gewesen, weil du gerade sagst, da sind einige Sachen, auch wie Stranger Things zum Beispiel, dem konnte ich gar nichts abgewinnen. Also auch dem Trailer an sich nicht. Ich habe nur gedacht, Alter, wie langweilig. Tito, Tito. Wie kacke sieht das eigentlich aus? Aber ich sage auch, dass es ein geiler Name ist. Das ist halt so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen arrogant, weil ich weiß genau und ich habe damit exakt auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ja. Und das ist vielleicht auch noch so eine Sache, die ganz interessant ist, wenn man mal so diesen ganzen Showcase so vorm inneren Auge vorbeilaufen lässt. Es gibt unfassbare Unterschiede darin, wie man sowas in 2D, also sprich auf der Mattscheibe, präsentiert. Die ersten Sachen, die über den Showcase flimmerten, da habe ich mir gedacht, Alter, wenn das irgendjemand sieht, der noch bisher nichts mit VR am Hut hatte und der guckt sich das an, der denkt sich, mein Gott, die 90er wollen ihre Spiele zurück. Das soll ich mir auf den Kopf setzen, seid ihr verrückt? Und da gibt es viele von. Also ich habe jetzt, wie gesagt, Media Coverage heute Morgen und ich war auf Seiten unterwegs, Gameswirtschaft und Konen, also alles, was gerade so ein bisschen am Rande darüber berichtet. und es ist super interessant, die Kommentare zu lesen, weil die Leute immer noch nicht verstanden haben, was das jetzt auch genau ist. Also kann ich auf der Brille jetzt Half-Life-LX zocken? Oder ist das jetzt, ist das jetzt, also ist da, welchen PC brauche ich denn dafür? Oder sowas steht dann da drunter. Ja, oder auch natürlich, klar, auch Hater, die sagen, solange das immer noch nur ein Smartphone ist, kaufe ich diesen Scheiß nicht. oder so, ich will keine Smartphone-Games darauf spielen, also vergiften, so ein bisschen poisoning the well, wie man so schön sagt. Und ich gebe dir natürlich total recht, du hast wieder mal, vorhin hast du gesagt, die 40er werden, die mit 40er werden so adressiert, jetzt bin ich erst 37, aber ich weiß, was du, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, so halt die Leute, die mit den ersten Videogames irgendwie groß geworden sind und damals irgendwie so im Jugendzeitalter, im Jugendlichen oder im Kinderzeitalter waren, die werden jetzt mit solchen Marken natürlich abgeholt, also ich, also dass, dass Sega sich jetzt auf die Quest-Plattform traut, finde ich persönlich sehr geil. Ich bin zugegebenermaßen immer schon ein verkopfter Mensch gewesen und ich fand Sega-Games immer insgesamt sehr geil, weil sie super arkadig sind, immer irgendwie viel Spaß machen und von daher hat mich einfach, um den Leuten zu signalisieren, ja Mann, ich gehe mit, habe ich das Ding gestern blind vorbestellt, obwohl ich mir auch dachte, preis-leistungstechnisch könnte das in die Hose gehen und vielleicht nicht meinen Erwartungen entsprechen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Aber mal weg von den Nischentiteln, lass mal von diesen komischen alten Sachen, die nur Säcke kennen, die, keine Ahnung, die damals zu viel, Sambuca und Sam, wie hießen diese? Samba de Amigo, Mann, du hast dir, du hast Makeras in der Hand und dann geht's ab. Einmal saufen da, Sangria, das ist das Wort, die zu viel Sangria gesoffen haben, genau, die fanden das vielleicht ganz, ganz cool. Du möchtest über Asgard sprechen, meinst du? Ich möchte, genau, ich möchte mal über was für Erwachsene, also Spiele für Erwachsene sprechen. Okay, also nicht ganz so weitgehend, aber erstes großes, riesiges Rollenspiel, also was heißt, es ist das erste, wir hatten sowas, also wir hatten das ja schon mal für die Rift, für PCVR damals, Asgard 1, jetzt kommt der zweite Teil, aber eben komplett autark, komplett auf der Quest 3, beziehungsweise sogar auch auf der Quest 2 soll das ja laufen. Ja. Was hattest du generell für einen Eindruck von der Präsentation? Also mich hat Asgard 1 halt null abgeholt, ich bin halt leider nicht so der Fantasy-Typ, ich habe aber Leute im Freundeskreis, die sich nur deswegen eine Rift und auch dann damals einen PC gekauft oder einen PC-Upgrade geholt haben, weil sie so riesen, riesen, was ist das, Gött, was, Griechisch? Nee, Nordisch, Nordisch, Entschuldigung. Ja, eher Nordisch. Bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht, kein Drobriefe. Also mit dieser ganzen Mythologie auf jeden Fall, ne, und ich muss, ich muss gestehen, dass selbst ich gestern bei der Präsentation so ein bisschen zwiegespalten war, weil sie haben natürlich gerade ihren Vorzeige, damaligen Vorzeigetitel genommen und haben sie, ich sag's jetzt, doch auf eine mobile Plattform gepresst. Ungleich, wie krass geil das Ding gerade aussehen mag für Quest 2 Verhältnisse, ich habe innerlich natürlich gespürt, wie die Leute, die sich wirklich auf einem pompöses zweiten Ableger eben, also der war ja wirklich grafisch sehr opulent, der PC-Titel, dass die ein bisschen leiden gerade, dass die ein bisschen leiden. Akzeptier doch mal. Ja, aber pass auf, aber dann kommen so Nummern von, dann sagt Meta so, jeder, der das jetzt vorbestellt, kriegt den PC-Titel geschenkt. Du kannst ja streamen. Was? Ja, okay, aber was, das ist so, also, das ist so ein bisschen wie, weißt du, Ben, du kaufst dir ein Fiesta und kriegst aber eine Probefahrt im Ferrari dazu, kostenlos. Was soll das? Oh, ja, der Punkt ist ja der, du kannst dir den Fiesta leisten, den Ferrari aber nicht. Ja, super, also zeige ich dir, was du dir nicht leisten kannst. Egal, also will heißen, in dem Moment können ja viele Leute das wahrscheinlich noch nicht mal mehr benutzen. Fand ich aber so ein bisschen seltsam. Ähm, ich fand's aber genauso seltsam, dass man bei, bei Arizona Sunshine nur pre-rendered Fotos gezeigt hat und nicht irgendwie, aber egal, wir wollten über Asgard sprechen. Und was ich aber sehr cool fand, war, ähm, dass man schon gemerkt hat, dass die, dass das Studio dahinter es wirklich ernst meint, dort einen fetten Titel draus machen zu wollen. Also, sie haben sich richtig Mühe gegeben mit diesem Story-Umfang. Sie haben sich richtig Mühe, man weiß am Ende nicht, in welchem Umfang das als Spieltest wirklich auffällt, aber, ne, sie haben erwähnt, dass alle, alle Gegner irgendwie unterschiedlich aussehen, weil sie randomized werden, so, in jeder, jeder Gegner, jede Gegnerklasse wird mit unterschiedlichen Rüstungsgegenständen und Skids ausgestattet, jeder Kampfstil ist irgendwie unterschiedlich. Da muss ich vorsichtig sein, weil sowas haben wir beide schon mehrfach in der Videospielbranche gehört, ja, und, ähm, allem voran Peter Molyneux, der Entwickler hinter Black & White und den ganzen Fable-Titeln, der hat dazu geneigt, dann auch gerne mal maßlos zu übertreiben mit solchen Aussagen und am Ende, ja, hatten dann die Gegner vielleicht irgendwie da mal und da mal eine andere Rüstungsfarbe und haben sich aber insgesamt nicht anders angefühlt. Also, da muss man auch die Relation der Plattform, nämlich eine mobile Plattform, auf der wir am Ende zocken, ins Verhältnis bringen. Und da sind Grenzen gesetzt, aber ich fand's geil. Ich fand's erstmal geil, dass sie so wirklich breite Brust raus versucht haben darzustellen, was ist das nur für ein krass fetter Titel, in dem du übermorgen Stunden an Stunden verbringen kannst, um Landschaften zu erkunden, äh, Quests abzuwickeln und, ja, jetzt fehlt halt leider nur noch für mich das passende Thema. Wäre das alles im Sci-Fi-Setting, hätte ich mir das gegeben, glaube ich. Das kannst du aber, das kann ich aber den Leuten nicht ankreiden, das ist mein persönliches Empfinden. Ja, gut. Eine Laserpistole in die Hand und ich bin glücklich. Ja, also natürlich ist auch der Grafik-Fetischismus von PCV-R-Apologeten, ist, ähm, hier, der wird hier nicht bedient. Das ist natürlich... Das ist fehl am Platz, total, ja. Ja, also dementsprechend, und darum geht es auch nicht. Man muss ja mal ein bisschen, also, ich versuche hier in der Hinsicht, das hat wenig damit zu tun, dass ich ein großer Fan von autarken Headsets bin, das bin ich definitiv aus Gründen, aber ein bisschen weiterdenken, nämlich die, ähm, einfache und intuitive Nutzung von autarken Headsets ist einfach denen von PCV-R-Headsets meilenweit überlegen, bei allem, bei Platz, bei Konfiguration, äh, bei der Benutzung. Ähm, natürlich hat man dann ein viel besseres, viel besser, viel bessere Grafik und so weiter und so fort geschenkt, aber den, also mehr Leute bekommst du nur unter dieses Ding, wenn das wirklich a, schnell zu nutzen ist und b, wenn es dich immer wieder, immer wieder unter diese Brille zieht. Die Zwei-Stunden-Experience, die ist nett und die ist schön und sicherlich macht die auch Spaß, aber sie hilft der Plattform nicht weiter, sich langfristig zu entwickeln und langfristige Entwicklung, hat unter anderem was mit dauerhafter Nutzung zu tun. Und diese dauerhafte Nutzung, die könnte jetzt in dieser Form erstmalig wirklich, ähm, auf die, äh, auf die Quest kommen, dass man, ne, 60 Stunden wird gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal die üblichen, äh, Entwickler, Entwicklerinnen-Übertreibungen weg und sagen mal, okay, es ist nur die Hälfte, es sind 30 Stunden, dann ist das trotzdem breit. Ja. Und wenn du dann eben halt die Möglichkeit hast und weniger eingeschränkt als im ersten Teil, ne, wo es auch ein sehr, sagen wir mal, relativ eingeschränktes, ähm, Kampfsystem gab, sondern jetzt viel, viel mehr auf deine eigenen Vorliegen, ob du nun im Fernkampf kämpfen willst, ob du im Nahkampf kämpfen willst, ob du Schwert, Schild, Sword und Board machen willst, was auch immer, ne, das, was sie angekündigt haben, dass man die Freiheit hat, sich wirklich darauf zu spezialisieren, worauf man Bock hat und dann, und da bin ich halt ein großer Fan von Story, gute Story, eine Geschichte, die mich wirklich reinzieht, wo ich Bock drauf habe, die zu erleben, die ich auch gut erleben kann. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit Synchronisation etc. dann aussieht. Die wurde ja auch bei, was war das, der war der erste, war der, war der erste Deutsch oder was? Später kam das, ja, da kam später eine Synchronisation, ne, die muss natürlich auch am besten Falle jetzt sofort kommen und nicht erst ein Jahr später. Ähm. Das Ganze hat dann wirklich mal die Möglichkeit zu sagen, so, jetzt kann ich erstmals wirklich in eine richtige epische Geschichte eintauschen, so a la Skyrim, a la Fallout, was es eben halt auch alles für PC VR oder eben halt für die Playstation gibt, ähm, und eben nicht auf so einer mobilen Plattform. Das kann in gewisser Weise ein Game Changer sein, wenn es wirklich gut gemacht ist, ne, das ist dann das, worauf wir warten. Und das ist der Punkt, du erreichst damit aber nur neue Käuferschaften, indem du es schaffst, dass in Reviews berichtet wird, wie cool die Story ist und wie geil du da reingesaugt wirst, ja. Und meinetwegen dann am Ende kommt dann auch noch, dass das Kampfsystem sogar richtig gut aufgeht und auch Spaß macht und herausfordernd ist und eine geile Lernkurve hat oder so, ja, aber an oberster Stelle steht, hey, die Story ist so gut geschrieben und zieht dich so da rein, du willst das Headset nicht mehr absetzen, weil du willst noch wissen, wie es mit dem Charakter weitergeht, du willst wissen, was hinter der Tür ist und das fehlt halt grad komplett, komplett, so, ja, das hat selbst, selbst ein Half-Life Alyx hat das bei mir zum Ende hin fast nicht mehr geschafft, das lag aber dann auch an den Shooter-Arealen, in denen man rumgelaufen ist. Halt ja, die virtuellen Steine, die fliegen so derartig auf dich. Nein, 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 ich sag ja, nein, 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 ich sag ja nur, das ist insgesamt einfach schwer, das ist ja kein VR-spezifisches Problem. Geile Stories zu erzählen, ne? Und von daher, ja, ich find's cool, dass sie mit Asgard, den Titel, den ich nicht auszusprechen mag, ähm, dass sie das versuchen. AW2. Ich gebe dem, ich gebe dem Titel insoweit eine Chance, dass ich ihn, also wenn sie jetzt die Quest 3, äh, auf der Connect dieses Jahr präsentieren, könnte ich mir vorstellen, dass sie mit Ausnahme weniger Standardtitel, dass sie mit, bei Asgard 2, definitiv eine Spezialversion auch für die Quest 3 veröffentlichen, die so richtig zeigt, so was das Ding möglich ist, weil es ist ihr First-Party-Titel sozusagen, es ist ihr Vorzeigeding und ich könnte mir vorstellen, dass ich dann alleine aus diesen Gründen schon, um das mal zu erleben, mobile for air at its best sozusagen, äh, dass ich mir das dafür dann holen werde, aber ey, 60 Euro ist halt auch eine Ansage, ne? Also da merke ich gerade auch, für mal eben ausprobieren, ist da gerade die Preisgrenze bei mir erreicht, ja? Also ich hab mich schon seit, seit zwei Jahren erfolgreich um Resident Evil 4 gedrückt, weil ich wusste, ich will diesen alten Gamecube-Titel eigentlich nicht spielen, aber mich hat's immer irgendwie gereizt. Und, ähm, ich hab's immer noch geschafft, weil, als ich gestern in den Store gegangen bin, es gibt nämlich gerade einen riesen Sale im Quest Store, bin ich dann auf den Sale gegangen, wo drin stand halt, welche Spiele alle, äh, gerade reduziert sind und dann bin ich da durchgescrollt und dann stand bei mehr als der Hälfte der Titel, stand neben, hab ich schon gekauft, aber nicht einmal gespielt, ja? Da war dann so Moss Book 2, oh oh, ich höre, ich höre Ben in meinem Machen atmen. Was? Nächste virtuelle Steinsalbe, alter, was denn los mit dir? Dann mein Jurassic Park, ich hab mir beide Jurassic Park Titel geholt, ich habe mir alle, alle I Expect You To Die Titel geholt und ich glaube den zweiten nie beendet, ja? Und, äh, ach, da reihen sich noch ein paar Spiele rein in diese Richtung, ähm, die, ich immer, immer kaufe, aber nicht zocke und deswegen hab ich's zum Glück gestern auch mit Resi 4 geschafft. Und ich meine halt, Asgard's Rust 2 ist mit 59 Euro ein echt strammer Titel, der auch auf der Ebene dann einfach lieber liefern muss, weil, das hört, das, also auch hier wieder, ne, dieser, dieser psychologische Fact-Band, ich kann ihn nicht erklären, du kaufst dir auf deinem Smartphone für 60 Euro einen Titel, den du danach auf deine putzige kleine VR-Brille lädst, Da ist irgend noch so eine Sozialblockade bei mir drinnen, die verstehen lässt, warum die Masse gerade das ganze Ding nicht als, nicht, nicht als Spielkonsole, ähm, wahrnimmt, also auf eben, auf der gleichen Ebene wie eine Playstation oder eine Xbox. Ganz komisch, es tut mir leid, das zu sagen, ganz komisch. Ja, ist interessant, kann ich nämlich gar nicht nachvollziehen, wenn ich mir angucke, dass es, keine Ahnung, auf der Playstation etc. teilweise für Titel, die 10, 15 Stunden maximal gehen, 70 Euro aufgerufen werden, oder guck dir Nintendo an, äh, da gibt's auch jede Menge Schrott für sehr viel Geld. Ja, ich weiß. Und wenn ich mir dann überlege, wie viel mehr, möchte ich sagen, doch, wie viel mehr, ähm, auch Expertise vor allem für das neue Medium da sein muss, damit du ein richtig gutes VR-Spiel schaffst, dann ist für mich der Preis vollkommen in Ordnung. Zumal man natürlich auch sagen muss, na, du hast vorhin gesagt, wir sind in der Gameboy-Phase, ähm, der war damals auch nicht günstig, äh, ja, das stimmt, diesbezüglich, ne, also, man muss da ein bisschen, ich glaub, wir sind auch ein bisschen verwöhnt, äh, dadurch, dass halt wirklich so viele Titel auf Steam, auf, ähm, in den ganzen Stores auf uns gekippt werden, die fast nichts kosten und uns irgendwie kurz, zumindest kurzfristig irgendwie unterhalten und dann, ähm, gewöhnt man sich so ein bisschen an diese, ich möchte mal sagen, so diese, diese Günstigkeit, äh, in Bezug von irgendwie neuem, neuem Konsum und ich finde, man sollte gerade bei solchen Sachen, also, klar, sie müssen natürlich noch beweisen, dass sie's draufhaben, ne, aber du würdest zum Beispiel auch in Half-Life Alyx nicht für 20 Euro verscherbeln, das wäre totaler, totaler Quatsch und dementsprechend, also auch Sansaru Games, die arbeiten da jetzt seit ihrer, seitdem sie den ersten Teil, ne, fertiggestellt haben, arbeiten sie am zweiten Teil und zwar wirklich mit der Optimierung auf die mobile Plattform, ja, wirklich daraufhin gedacht, ähm, und ich möchte ihnen da, ne, im Zweifel für den Angeklagten ja erstmal sagen, okay, ähm, ihr habt euch da was bei gedacht, ähm, ich denke, ihr habt euch auch angeschaut, was in der Zwischenzeit passiert ist auf dem Markt und wie sich das entwickelt hat, und ich glaube auch das, was sie gestern so gezeigt haben, das geht schon in eine gute Richtung und wenn da jetzt dann noch Story und Co. dazukommen und wirklich reinziehen regelmäßig, dann lohnt sich auch der Preis, da bin ich, da würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, kann man mal machen. Kann man mal machen, aber schön finde ich, und das möchte ich zum Abschluss gerne noch sagen, schön finde ich, dass allgemein gestern in diesem Gaming Showcase für mich so ein bisschen klar wurde, man hat viele Studios einfach alle schon mal gehört, ja, da war ein Vertigo, da war ein N-Dreams und, wo ich gerade auch, wo ich mir so dachte, ach schön, guck mal, das zahlt sich aus, ja, diese ganzen Studios haben es alle irgendwie geschafft, sie haben geile Titel entweder selber entwickelt oder teilweise funktionieren sie halt auch als Publisher und haben da ein gutes Händchen und eine gute Unterstützung bewiesen, klar, ich glaube, es gab wenig Titel von denen nicht vorstand, also produziert von und mit Meta, mit Epic wollte ich gerade sagen, also will heißen, überall steckt auch immer so viel, viel, viel Metakohle noch mit bei, aber da entstehen gerade, glaube ich, so hoffentlich die Helden von morgen, so die Studios von morgen, die sich gerade durch dieses Thema durchbeißen und nicht da aufgeben und die werden hoffentlich in ein paar Jahren damit belohnt und dann sind das, ja, ich habe gestern, habe ich dir per Discord geschrieben, das sind die Ubisofts von morgen, ich meinte aber natürlich nicht vom Qualitätsfaktor her, also immer wieder das gleiche Stichwort Ubisoft, vielleicht noch, das können wir noch bringen. Ah, das war ein Trauerspiel, oder? Ja, also ich finde es komisch, aber es soll ja in 10 Tagen auf der Ubisoft-Geschichte, das soll dann gezeigt werden, ich bin gespannt. Wir sehen es dann. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist so ein, nee, nee, aber das ist so ein Lust, also es ist auch schon im Shop drin, du kannst es, im Shop ist es drin mit Platzhalterfotos, also in der Oculus-App, mit Platzhalterfotos und mit bald verfügbar, also total rudimentär, wo ich denke, ja, so ist das, wenn halt Ubisoft immer noch das Sagen hat, dass es solche Titel definitiv bei sich auf dem Ding ankündigen soll, aber liebe Meta-Leute, dann lass es doch raus, also pack da doch nicht ein Screenshot rein und sagt, hey, Assassin's Creed, wir haben euch auf dem Schirm, das kommt. Nein, also das kann ich seltsam. Wieder aus Marketing-Sicht und Kommunikationssicht, sie wollten sich natürlich nicht mit der Marke Assassin's Creed die Geschichte Ascars 2 vermiesen, also die Balance, die muss man, also von daher. Das setzt natürlich gerade, das setzt natürlich hohe Ansprüche an das Assassin's Creed, dass das dann angeblich kommen wird, also wenn das auf dem Niveau spielt, bin ich bei dir, aber lass uns da mal abwarten. Ich warte definitiv ab, ja. Was wir jetzt auf jeden Fall noch abwarten müssen, ist das Wochenende, Ben, weil, wenn wir diesen Cast veröffentlichen, ist bald Montag und dann werden wir Bescheid wissen, ob wir mit einer neuen Zeitrechnung beginnen werden sollten, ob das wirklich so das Ding ist oder ob die Grenzen der Physik und Mutter Natur auch einen Apple in ihre Schranken weisen. Ich bin auch mal gespannt, ob es Games zu sehen wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und ansonsten bleibt mir jetzt bezogen auf unseren heutigen Cast und auf Meta nichts anderes übrig, als zu sagen, ich muss jetzt bis Oktober warten und hoffen, dass da dann GTA angekündigt wird. Weißt du, das wird das Duke Nukem für VR. Es kommt, wenn es fertig ist, ja. Das ist halt, also wie gesagt, es ist insgesamt, ist mir auch gestern noch aufgefallen, ich wollte es eigentlich nicht mit dem Downer aufhören hier, aber sie haben natürlich auch immer wieder das Problem, dass sie viele Spiele viel zu früh ankündigen und dann bei so einem fetten Gaming-Showcase wie gestern nur aufgewärmte Trailer zeigen können. Also sie haben Skyrim 6 hier, ne, ja, 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 das ist seit sechs Jahren angekündigt oder was, also bitte. Aber, aber, aber das, das Ghostbuster-Ding zum Beispiel gestern, das war so, hä, was hab ich denn da jetzt angeguckt? Ja, stimmt, haben wir schon 17 Mal gesehen, ja. Irgendwelche Render, ja, und dann auch dazu irgendwelche Render-Trailer von irgendeinem Bösewicht, der da erzählt, warum er jetzt die Ghostbusters, war nett, ein bisschen Hidden Story dazu, aber hey Leute, am Ende will ich doch mehr vom Spiel sehen, so, ne, genau, ja, ja. Gut, also, es war cool, es hat Spaß gemacht, mit dir so ein bisschen abzunörden, ich, ähm, würde sagen, wir verharren der Dinge. Wir hören es wahrscheinlich Montag, äh, beziehungsweise Dienstagmorgen im Podcast wieder. Freuen uns, genau, freuen uns auf viele Kommentare, wie ihr den Gaming-Showcase fandet, aber unter uns, eigentlich hab ich keinen Bock auf diese Kommentare auch nur jemals zu antworten, weil ihr würdet es eh alle nicht zu würdigen, so sieht's mal aus. Und wieder fliegt die nächste Fuge Steiner auf Steiner. Ja, so ein bisschen Community-Peaks und so. Ja, das ist klar, immer, immer die Bubble aufmachen. Ja. Dann machen wir weiter, ja. Tschüss, Ben. Ciao.